hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder bei green hell und wir wollen jetzt oben das dürfchen angreifen gespeichert hatte ich ja schon gestärkt sind sie auch hol die pfeile raus da ist er das sind sehr viele warum ich mir raus parasiten sind weg das ist nur eine erhöhte lage finden und woraus ich die besser angreifen kann so würde ich das wo war der stein mal gucken ob ich die hiervon treffe so dass meine frau ein glück gehabt denn sie hat mal eben kurz angerufen hallo oh wow was ein skill so wo seid ihr der will nicht zurecht hallo blödes misstück so droht ich habe keine weine mehr ich würde da noch irgendwo an rumtapsen nein das ist ein schalentier so ihr werdet jetzt sehen warum ich das mache so gut ich würde gerne mal teil wieder haben wenn du erlaubst egal kommen ich hoffe nicht dass er jetzt weg ist doch er ist leider weg oder noch ein klingel so tier hier müsste der sein der wachen ist denn da irgendwo voll die rübe geballert die arme sauf wo ist er denn jetzt ich schwöre da war hier immer da hier alle das keine waffe stellen da ist das rüstteil das räuchergestell natürlich auch sehr geil entschuldigung so räuchergestell haben wir schon mal noch ein drei eier habe ich jetzt ich wollte irgendwas gucken genau das würde ich gucken was hatte der andere für eine waffe nur die stockklinge die schale nehme ich nur mit falls es regnet nagerfeuersche so ich muss mich waschen muss mich waschen essen notlich naja auf jeden fall habe ich das schon mal was will ich noch wo bin ich hier 38 19 ok das war das räuchergestellne ja mal nochmal 45 im ersten dollar 45 27 kommen wir nicht so nah ich habe deine freunde umgelegt man ich hätte speichern sollen ich vergesse das immer egal wir können immer wieder ein neues zeltchen bauen da wissen wir wenigstens wo wir waren darum muss ich 47 17 ich deb sagen ich Gott, ich bin zufällig. Oh, wo ist Durst? Marit, voll Regen! Oh! Ich brauche mal zu trinken, denn ich habe mal Kaffee vergessen zu machen. Der letzte Schluck. Dann muss ich Isos da weiter trinken, so leid. Oh, darf ich ja nicht sagen. Wird schon keine mehr Erden. So, voll am sabbern hier, ey. Mein Gott. So, das sollte reichen, erst mal vorläufig. Das ist kein Ameisen. Das ist Ameisenhofen. Oh, well. Oh. immer hier lang kann das ausnahmsweise der richtige weg gewesen sein das kann ja echt nicht wahr sein die du 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 Kann nicht schaden. Ich bin gleich da. Oh, hier ist die Straße. Oh. Die Drogenpilze. Ich bringe Tinte auf den Füller. Na. Da sind die anderen. Da sind normalerweise mehr. Da, sag ich doch. Reicht. Den einen lasse ich hängen. Jetzt habe ich was lange flitzt. Ich habe mal aufzujammern. Ich muss gleich kämpfen. Wieder einmal. Ich glaube, da ist es, ne? Ja. Sieht so aus. Eins. Zwei. Da ist der Waffensteller. Oder trockengestellt. Drei. Sehe ich. Wenn ich jetzt wüsste, welcher von denen ein Bogen hat, dann würde ich den als erstes ausknipsen. Sieht man das? Hier vorne hat einen. Ich bin ein Bogen. Taste! Maus! Hilfe! Volltreffer! Gott, ich bin weiblich. Na? So, ich sieht mit Pfeilen. Nein! Oh! Okay, die Pfeile hat er mit aufgehoben. Warne, was ich? Felt ein? Ja, ich bin weiblich. Wie ist es? Ja. So, zwei Stück ausgeruhrt jetzt schon. Das ist doch schon mal nett. Was ist der Waffenständer, ne? Jawohl. Waffenhalter, eher gesagt. Ja, sehr gut. Perfekt, würde ich sagen. Und ich werde ganz kackfrech. Ich habe doch gerade was getrunken. Das zerstören die E. So, drei von denen liegen hier schon mal rum. Einer. Einer. Ach, guck mal. So, dann nochmal hier. Dann können wir auch schon weiter. Zum nächsten. Hör doch mal auf zu jammern. Die kleine Burst, weißt du das? So, so viel brauchst du eigentlich bestimmt nicht mehr. Aber besser als zu wenig. Ja, eigentlich will ich auch nur speichern. Ich könnte auch noch mal schlafen. Um mir irgendwo was zu trinken. Auf dem Wasserfluss oder so. So. Lässt du mich mal vorbei hier? Hallo, da ist da noch genug Platz, oder? Das hört sich sehr nach einem Fluss an. Tja, das ist ein Fluss. Schmutzig. Oh, Gott. Sollten wir auch erstmal waschen. Vielleicht ist das dann auch nur einmal. Aber nein, ich muss doch wieder zu gierig sein. Wage ich jetzt noch einmal? Komm. Einmal wage ich das noch. Okay. So, Mist. Verdammt. Jetzt gehe ich doch mal hier hoch und werde da noch mal schlafen. Ist ja schon wieder dunkel. Ich sehe kaum was, weil mir dann noch die Sonne von draußen ins Gesicht klappt. Wo bin ich denn hier? Da. Nee, da. Lass mich durch. So. Ich bin glücklich, dass die nicht da sind. Scheint gut zu laufen. So, ein bisschen in Hunger gestellt. Ich werde mal im Kurs darum gehen, weil ich irgendwie das in Morin habe, dass ich hier zu dem Wrack komme. Aber ich glaube es eher nicht. Warte, speichern. Speichern. Ich bin glücklich, dass die nicht da sind. Ich bin glücklich. los geht's und zwar knapp zwei minuten aber das ist nicht so wild zwei minuten nehme ich noch mit und gehe schon mal los stellt sich nur die frage wo gehe ich lang links oder rechts da müsste ich lange dann gehe ich mal darum sowas tappt hier rum ich habe keine ahnung egal ich wollte den tod brenn hier los ich habe noch nichts gegessen wahrscheinlich deswegen so wenn jemand will wissen will wo die der waffenständer zu finden ist es zu finden bei 47 17 ich habe keine mehr so lassen wir das so wasserfall das oder höhle drin sehe ich war glaube ich alles klar mein freund hat euch wundert warum ich den obsidian mitgenommen habe ist einfach stärker als ein normaler stein oder zwei steine für die axt deswegen dass wir auch wieder mitgenommen ob sie denn immer zu finden in höhen nicht in allen aber in den meisten so wenn ich hier mal sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder und ich wünsche euch einen angenehmen tag lange dem sonntag und wir sehen uns bis dahin euer wober tschau tschau schönes wochenende